Musik Hier haben wir eine Memorabilie aus dem 66er Krieg, also von 1866, der Krieg gegen die Preußen damals, als Bayern noch Verbündeter von Österreich war. Und da ist eben im Porzellandeckel ein Sieg dargestellt. Und die Daumenrast ist auch die Siegesgöttin. Und unter diesem Krieg hat der Ludwig auch sehr gelitten. Und so hat man in diesem Krug eine kleine Erinnerung an diesen schrecklichen Krieg. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018